Balancieren, schön langsam. Bis zum Ende, du schaffst das. Genau, diesmal hast du mehr Confidenz. Komm weiter geht's. Balancieren und weiter geht's. Du hast es bald geschafft. Das sind noch vier Schritte. Und komm, Pfote für Pfote. Und nochmal Fokus. Los, auf Anfang und hoch. Sehr gut machst du das. Ich hoffe dich lieb. Komm Ninja, gib dir Mühe. Balancieren. Bis zum Ende balancieren. Weiter geht's. Weiter geht's. Weiter geht's. Los, noch zwei Schritte, dann hast du's. Genau. Ninja und komm, Sprung. Yes, stay. Das war sehr gut. Und das nächste, Level 2. Balancieren bis zum Ende. Bis zum Ende weiter. Du schaffst es. Gib dir Mühe. Halt die Balance. Und weiter bis zum Ende. Stufe 2, das hast du so gut. Stay. Das allerletzte. Gib dir richtig Mühe. Konzentrier dich, okay? Und weiter geht's. Balancieren. Balancieren. Bis zum Ende balancieren. Komm, die schaffst du. Noch 1 Schritt. Yes. So gut, Nimzi. So gut. Wo ist der Ball? Da ist er. Komm, 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 jetzt kriegst du ihn geworfen. Willst du ihn nerven? Ja, komm, Nimzi.